Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Rome 2 Rise of the Republic. Wir spielen immer noch auf sehr schwer, sind Rom und werden uns jetzt hier Wolski einverleiben. Die haben anscheinend irgendwie eine Art von Seuche am Start, haben dadurch ihre zwei Armeen weggezogen und wir können jetzt hier einfach Fregelle einnehmen. Die Fregellen, die Frikadellen, wenn ihr so wollt. Und aufgrund der Tatsache, dass wir immer viel zu viele Verluste erleiden, wenn wir das die KI machen lassen, spielen wir diese Schlacht jetzt natürlich auch mal selbst. So, das hier wird offensichtlich mal meine Nummer 1. Dann stelle ich die Jungs hier direkt dahinter als Nummer 2. Dann seid ihr hier mein Flankenschutz als Nummer 3. Meine Elite hier als Nummer 4 geht auf die andere Seite. Und die Kavalerie halte ich in der Hinterhand. Ich werde sowieso erstmal wieder die Schleudere arbeiten lassen. So lange ein bisschen was Wichtigeres, Besseres sonst irgendwie einfällt. So, rückt vor. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Pipifax-Armee. Das sind also hier ein paar Wurfspeere. Ne, Steinschleuderer, Steinschleuderer. Plänkler, Plänkler. Also sie haben auf jeden Fall weniger. In allen Belangen. Italische Schwertkämpfer. Das ist glaube ich noch das Beste, was die haben. Ne, auch nur Italische. Also nichts von dem, was sie haben, ist irgendeine Form von Bedrohung für uns. Ähm, ich wollte eigentlich nicht, dass die rennen. Ach, egal. So, dann können wir jetzt ja mal die Geschwindigkeit reduzieren. Dann feuert mal. Erstmal die, die weit schießen können. Ballert ihnen einen von Latz. Jetzt geht's los. Und da gehen die Lebenspunkte raus. Wobei eigentlich die ja sogar noch fast gefährlicher sind. Ich lasse die jetzt mal schneller rankommen. Die müssen jetzt hier gleich eine Schutzlinie aufbauen. Oh. Das muss ich aber sagen, was ich... Ränselig. Das nennt man mal einen fliegenden Wechsel. Wir eilen euch mal mit dem Quatsch hier. Die fliehen schon. Wie praktisch. Wir machen jetzt Druck auf sie einfach. Das ist meine andere Kavalerie da. Sie tut irgendwie nicht das, was ich gedacht hatte, was ich tun soll. Das war's schon. Der Gegner ist geschlagen. Easy going. Swing. Kann man noch ein paar Punkte hier abfarmen. Nächste Kavalerie angreifen lassen einfach. Ja, die sind jetzt hier im Nahkampf. Wir haben jetzt hier unfreiwillig hier nochmal in den weiteren Nahkampf verwickelt. In unsere Kavalerie. Und damit gehört uns dieser Ort, ey. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Da muss irgendwie eine solche aktiv sein. Aber die kamen uns sehr gelegen. Das sind so die Momente, wo man losschlagen muss. Ich hoffe jetzt bloß, dass diese Seuche jetzt nicht uns irgendwie trifft. Ja, komm, komm, lass. War jetzt nicht die epischste aller Schlachten, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Wir haben selber fast keine Verluste erlitten. 54 Mann. Und können das Ding jetzt hier einfach besetzen. So, komischerweise ist jetzt hier auch diese Dingens hier vorbei. Das ist interessant. Kann ich hier noch irgendwas machen? Attentat vielleicht? Also der Gegner hat es auf jeden Fall... Oh, Attentat gescheitert. Ja gut, ist egal. Gegner hat auf jeden Fall Trouble. Wir werden das jetzt hier umwandeln. Was ist das hier? Eine landwirtschaftliche Kolonia oder eine zivile? Ich möchte eine landwirtschaftliche machen. Produziert mehr Wachstum. Was ist denn das hier? Prüfgelände. Will ich hier sowas bauen? Nee, ich reiß das ab. Pferdeställe. Ich mache eine reine landwirtschaftliche. Das hier wird einfach rein landwirtschaftliche. Wir haben auch nur noch 5 Nahrung. Das macht schon durchaus Sicht jetzt hier die Nahrung... Also in die Zukunft zu denken, was unsere Nahrung angeht. Boah, das da drüben nervt mich total. Wie schaut es hier aus? Okay. Runde beenden. Wir haben übrigens jetzt die Forschung gleich durch, ne? Wir sind jetzt gleich... Wir haben jetzt gleich Triaria, so wie es aussieht, wenn ich mich jetzt nicht völlig... Nun könnt ihr mit eurer üblichen Geistlosigkeit über mein Volk herziehen. Er euch der Tod holt. Echt jetzt? Warum erklärend jetzt Neapolis mit dem Krieg? Bin ich denen zu expansionistisch? Werte ich denen zu stark? Scheinbar ist das so. Ähm, ja... Forschung abgeschlossen. Etrurien bändigen. Was? Ihr habt die Technologie Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegen euren Gegnern verleiht. Gerechter Krieg. Rang erhöht. Jaja. Standeskämpfe. Was? Wir haben jetzt gleichgültige Plebeer, aber sich verschwörende Patrizier. Steuersatz ist reduziert, Loyalität ist reduziert. Okay. Obwohl sie so lautstark waren, schenken die Plebeer dem Prazisen nur wenig Beachtung, als er den Sküten aus der Stadt führt. Eure Informanten warnen euch, dass der gedemütigte Sklavenbesitzer nach seiner Rückkehr begonnen hat, seinesseits gegen euch aufzuwiegeln. Hm. Kann ich jetzt eigentlich diese Einheiten upgraden? Nee, kann ich nicht. Den Feind schlagen wir schon bald in die Flucht. Kann ich nicht. Das ist interessant. So, okay. Generalsdetats. Wir können den General verbessern. Ich kann ihn jetzt hier nochmal zu einem besseren Krieger machen. Was ist denn das hier? Furchtlose Krieger. Das nehmen wir uns jetzt natürlich. Angriff soll eine Nebelagerung interessiert mich nicht wirklich. Was haben wir denn da? Wir haben das hier angesehen. Autorität bei Aufstellung plus 10% Nahkampfangriff für alle Einheiten in lokaler Provinz. Hm. Bewegungsreichweite wird also heldenhaft für den Kommandanten auf Volkschancen bei Aktionen. Bewegungsreichweite wird allerdings reduziert. Sadistisch. Kampfabwehr für alle schwere Infanterie. Warte mal. Jemand von euch hat gesagt, das würde dran stehen, was das für eine Art von Einheit ist. Recht. Und wir gehorchen. Zenturien. Äh. Ach, da unten sieht man das hier. Ja, ja, ja. Warte mal. Das hier ist eine Hoplitenwand. Diszipliniert. Ne, ermutigen. Ne, warte mal. Wo sehe ich denn das? Jemand hat gesagt, das kann man sehen. Ob etwas eine schwere Infanterie ist. Das Problem ist, ich sehe es nicht. Also ich gehe davon aus, dass die eindeutig eine schwere Infanterie sind. Ne, also. Es wäre halt cool, wenn es dran stehen würde. Vielleicht jemand so einen Noob wie mich, der das seit Monaten nicht mehr gespielt hat. Genau genommen eigentlich seit Jahren. Pionier. Ja, Belagungswaffen muss ich jetzt hier nicht verbessern. Ach, wir machen einfach das. Wir verbessern das, was wir da schon haben. Jetzt haben wir tatsächlich auch Krieg mit Neapolis. Neapolis ist nicht amüsiert darüber, dass wir hier so offensiv vorrücken können. Kampfplatz des Mars. Also hier wird ja gerade eben umgebaut. Was habe ich denn da gerade eben erforscht? Hä? Ach so, ich muss... Ich muss auch erst das hier haben. Das habe ich übersehen gehabt, dass ich das hier zu bekommen, dass man das hier haben muss. Dinge, die mich verwirren. Okay, gut. Was bringt mir das hier nochmal 10 Nagell für alle einen im Kampf gegen Gallier? Das haben wir... Wir haben das hier noch geholt. Ja. Stimmt, das ist das Endprodukt des Ganzen. Dauert also noch eine ganze Weile, bevor ich das machen kann. Ich habe die Pfeile völlig falsch gedeutet. Ich habe sie hier komplett übersehen. Was habe ich denn stattdessen mit da geholt? Das war, glaube ich, das hier. Kampf gegen Etrusca. Haben wir jetzt plus 12% mehr Nahkampfangriff. Gut, dann können wir eigentlich auch mal solche Sachen hier machen. Gasthaus machen. Zirkus verbessern. Baukosten für religiöse Gebäude. Das ist nicht mein Problem. Okay, mein Problem ist, dass ich zur Zeit überhaupt gar keine Gebäude bauen kann. Komm, wir machen mal das hier. Das geht schnell. Rekrutierung von Würdenträgern. Also wir sind doch noch eine ganze Weile mit den Hobliten jetzt hier quasi am Start. Das habe ich falsch interpretiert gehabt. Ich nehme ihnen jetzt einfach ihre letzte Stadt. Das sollte im Handstreich gehen. Fingerstreich klingt irgendwie total fragwürdig. So, da sind wir auch schon drin. Der Feind hat hier eine wirklich nette Ansiedlung. Das muss man ihm lassen. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir sie haben wollen, ne? Netz, äh, Netze. Was ist denn heute los in mir? Ich setze erstmal jetzt hier wieder meine, äh, Söldner ein, logischerweise. Hier beschützen die Flanken. Die sind hier direkt dahinter. Und los geht's. Da vorne ist der Gegner. Wir gehen jetzt hier hin und ballern sie einfach erstmal zusammen. Das nähert sich irgendwo eine feindliche Unterstützungseinheit. Boah. Wir müssen uns halt gucken, dass der Gegner hier seine Straßen nicht halten kann. Wenn wir das hinbekommen, ist der Kampf eigentlich schon so gut wie gewonnen. Das Ganze nur im Auge behalten, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, hello there. Steinschleuderer. Geschossen kontinuiert zu euren Diensten. Steinschleuderer. Kommandant. Kommandant. Schnell. Befehle. Mhm. Männer so hin. Loppelgängig schwindelig. So hin. Bitte die Geschwindigkeit. Männer in Italien. Steinschleuderer. Ja, ihr könnt jetzt auch mal schießen. Ja. Männer Italien. Männer Italien. Das ist euch erlaubt. Die treffen die, oder? Ja, sie werfen. Und das spüren sie auch. Sehr gut. Dann arbeitet sie mal ein bisschen ab an der Stelle. Italische Schwertkämpfer. Dann lasse ich jetzt hier mal die hier noch weiter ranrücken. Schwertkämpfer dahin. Die Schwertkämpfer gehen dahin. Cavalry soll jetzt mal hier komplett über die Flanke gehen. Alle beide. Auf jeden Fall, dass da hinten noch was kommt. Der Gegner akzeptiert gerade eben unseren Beschuss. Wir werden jetzt erst mal unseren Beschuss weitgehend aufbrauchen. Äh, nein. Will ich doch gar nicht. Steuerung ist immer noch so manchmal so ein bisschen tricky. Oh, die Cavalry. Ich versuche gar nicht, das anzugreifen. Stellen sie jetzt einfach da hin und... Wir werden tot gebombt. Nach einer Salve sind schon die Hälfte, drei Viertel der Männer raus. So. Die Plänkler. Oh, shit. Die Plänkler, die machen Schaden. Aber sie kassieren auch zum Glück ordentlich. Was ist denn los mit denen? Feind kommt. Feind kommt. Zumindest sieht es so aus. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Wie gesagt, jetzt greifen wir mal an hier mit denen. Steinschleuderer! Schnelles Marschieren! Zu euren Diensten. Löffel der Geschwindigkeit! Da hinten kommt echt einiges auf uns zu. Wir sollten eventuell mit einem Teil unserer Armee da rüber marschieren. Die Schlacht könnte noch ein bisschen dauern hier. Schieß mal da hinten hin. Die Plänkler-Kavallerie, die kann ruhig mal drauf gehen. Wir werden gleich sehen. Ja, sie schießen. Sehr gut. Rums. Von der Kavallerie habe ich eigentlich nur bedingt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Feiglinge. Haben auch schon einiges hier verloren. Ja, die Einheit ist leider tot. Schießt auf sie, schießt auf sie. Ihr bleibt jetzt hier. Ich greife jetzt hier nicht mehr sinnlos an. Einheimische Speerkämpfer. Äh, die will ich doch gar nicht anwählen. Ich will sie abwählen. So. Der Gegner hat dieses Feld hier geräumt. Das heißt, wir können hier vorrücken. Dann tun wir das mal. Da sind auf jeden Fall Fernkämpfer und das ist sehr unangenehm. Der Gegner hat dieses Feld hier komplett geräumt. Steinschleuderer. Doppelte Geschwindigkeit. Da hinten. Da sind italische Schwertkämpfer im Nachhinein. Doppelte Geschwindigkeit. Schnell vorrücken. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Kommandant. Schnell. Fehler. Befehl verstanden. Das ist aber jetzt nicht mal die Reserve, die soll verhindern, dass wir flankiert werden. Von da hinten passiert ja eh nichts. Steinschleuderer. Vielleicht können die schießen. Ah, reicht nicht ganz. Doppelte Geschwindigkeit. Zu Befehl. Wir sollten näher ran, um auf die da hinten zu schießen. Ich muss doch nicht auf die hier schießen. Die italische Kavlo hat doch gegen die hier keine Chance. Zielen. Halt. Wann halt denn, Männer? Wo gehen die denn schon drinnen? Der Schossinfanterie zu euren Diensten. Schnell vorrücken. Man weiß nicht, was er soll. Schleudern die eigentlich noch? Ich seh nicht viel. Die haben irgendwie aufgehört gehabt zu schießen. Ich weiß nicht warum. So, die Kavalerie ist erledigt. Bomben wir hier die Generalsanheit zusammen. Feuer. Feuer. Eigentlich muss ich jetzt da drüben durch. Ich nehme sogar alle drei mit rüber. Nur diese Schwertkampfeinheit, die da haben wir da. Hier wird nicht viel passieren. Nehme ich an. Einheit verliert, klar. Kann ich da irgendwas dagegen machen? Kriegsschrei. Da muss ich jetzt halt dafür darüber reiten, sonst geht das nicht. Gegner fängt an, jetzt hier seine Formation zu ändern. Ich bin bereit, ihre Pflicht zu tun. 105, 81. Ich muss jetzt hier mit denen hier zurück. Schnell ran. Die halten hier nicht mehr lange durch, wie man sieht. Und schon sind sie gebrochen. So, jetzt haben wir wieder unsere Hopliten-Phalans. Und ihr müsst dringend hier auf die Klenkler-Kavallerie schießen. Die geht mir nämlich gehörig auf den Keks. Warte mal, ich habe doch hier Kavallerie. Attacke. Das rücken wir hier vor. Ich stelle die mal da hin. Die sind erledigt. Sehr gut. Jetzt machen wir einfach hier den ganzen Sack zu. Die Steinschleuderer haben keine Geschosse mehr. Das ist echt doof. Angriff. Kavallerie soll da rein. Kavallerie soll da auch rein. Mh, jetzt wird's Sandwich-like. Der neue römische Sandwich-Maker hier. Rücken auf den ganzen Banken. Guck durch dat mal an. So, von allen Seiten jetzt hier eine ganze Menge Spaß produzieren. Damit sich's auch gelohnt hat. Das war's. Die selben engen Stellen, die uns immer so schön geholfen haben, haben ihnen überhaupt nichts gebracht. Äh, ich könnte sie jetzt unterwerfen. Öffentliche Ordnung, Instabilität, aber wenn... Ne, ich möchte das auf jeden Fall haben. Dann gehört mir nämlich das gesamte Gebiet. Ah, ne, stimmt gar nicht. Nicht ganz. Das gehört mir nicht. Äh, ich kann das interessanterweise gar nicht umwandeln. Was soll ich denn hier machen? Ring? Ja, ich möchte für die öffentliche Ordnung was machen. Das Problem ist bloß, dass das hier... Was fehlt mir denn dafür? Ich muss hier Brutus und Colatinus machen. Oder Verteidiger des Ager. Muss ich gerade hier mal gucken. Ah, das hier. Ja, ja, dann kann ich die zivile Kolonie auf die dritte Stufe bringen. Na gut, das müssen wir auf jeden Fall, äh, beim nächsten Mal machen. Was will ich denn hier jetzt noch machen? Bin immer noch nicht so ganz sicher. Treffpunkt. Ich möchte mehr öffentliche Ordnung, wobei das wird eine landwirtschaftliche Kolonie. Ich mach jetzt mal einen Tempel, der gibt ja immerhin auch noch öffentliche Ordnung und so, ne. Okay. Dann... Diplomatie. Kann ich jetzt... Den Wolski jetzt halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, so... Kann ich den nicht irgendwie unterwerfen? Nicht anderes Verbrechen, Handelsverbrechen, Militärisches Bündnis. Ne, das geht hier komischerweise gar nicht. Okay. Das geht komischerweise gar nicht. So, und was ist das hier mit Neapolis? Neapolis hat ja wohl einen Vogel. Ja, Krieg mit Neapolis, den sie mir erklärt haben. Seid gegrüßt. Verschwendet keine Zeit mit schlechten, wählten Worten. Die hättet ihr mit Baden verbringen sollen. Ganz normalerweise, ich will mit denen gerade eben gar keinen Krieg. Ähm... Dann verlange ich von ihnen einfach ne Zahlung. So. We did it! Zwei Fliegen mit einer Klappe haben wir geschlagen. Das hier ist jetzt noch eine Armee von denen, sogar deren König. Der kann auch jetzt hier noch Frigel angreifen, aber der wird das so oder so ziemlich bereuen. Wenn er das jetzt hier nämlich noch erobert, haben wir ihn auf jeden Fall in der Falle. Er wird uns hier belagern, oder? Ja, nee, ist klar. Komm. Das könnt ihr auch berechnen. Wir bleiben Schutzstellung. Das hat uns zwei Einheiten gekostet, aber er ist im Grunde erledigt. Wir lassen die hier frei. Und die sind jetzt bald zu nichts mehr in der Lage. Triumph! Yay! Wieder ein Triumphzug. Und ich würde aber mal sagen, mit diesem Triumphzug, meine lieben Freunde, verlasse ich euch. Und naja, wobei... Nee, tue ich nicht. Wir sollten ja nochmal ganz, ganz kurz gucken, was ich gesagt habe. Wurde, die noch auf uns zukommt, oder? Aber ich finde dieses Video ist cool. Unser Kommandant ist halt wirklich ein saumäßiger Held für Rom. Boah, das vermisse ich echt bei den nachfolgenden Spielen. Gerade bei Warhammer und so, hätte man da eine ganze Menge machen können. Oder auch bei Saga Thrones of Britannia. Da, das hätte man auch mit diesem Stil machen können. Hätte sehr viel Potenzial gehabt. Triumph! Ja, plus vier öffentliche Ordnung. Lokale Provinz. Ich will ja diese... Was ist denn das hier? Einheimische Volkskische Krieger. Ja, wie gesagt, ich arbeite hier weit nur noch mit diesen Söldnern. Die sind jetzt da drüben. Ey, ohne Witz. Die können ja gar nichts. Das sind ja... Das kann man ja nicht mal Gegner nennen. Was da auf uns zukommt. Na gut, meine lieben Freunde. Da würde ich auch mal sagen, wir werden uns beim nächsten Mal überlegen, wie wir jetzt hier mit denen hier fertig werden. Wer ist denn das ja nebenan? Das sind die Pählinger, oder? Kann ich mit den Pählingern irgendwas? Ne, die finden uns vollkacke. Die finden uns vollkacke. Ach, das sind... Oh! Guck mal, wer unser potenziell nächster Feind ist. Die haben Krieg mit den Hernikern. Die Herniker finden uns gut. Ich weiß, wenn man am nächsten Mal leiden wird. Weil die haben Eisen und das brauchen wir. Okay, meine lieben Freunde. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.